so und herzlich willkommen in der nächsten und weiteren folge von mir im discord channel ich habe meinen eigenen disco channel heute eröffnet wir haben hier vorstellung einmal den willkommen kanal den games download das heißt wenn ich games brauche ich gespielt habe bricht das selber runter kopiert habe dann könnt ihr das gerne haben dann haben wir hier weil sie irgendwelche kanal kanal irgendwelche videos habt ihr vorschlag dann haben wir die gerne da und hier ist natürlich der talk einfach so normaler talk wenn irgendwelche fragen habt oder ähnliches ich werde auf jeden fall hier auf jeden fall zu erreichen ich werde meinen diesen link werde ich hier bei mir in sunny game einfügen jedes mal in die beschreibung und sofort wenn irgendwelche fragen habt einfach direkt schreiben ja bis dann wir sehen uns in der fall so und herzlich willkommen der nächsten und weiteren folge ich bin wirklich mega froh wegen den 20 abonnenten wirklich happy ich freue mich natürlich auf jedes weitere abo und bitte lasst mir doch immer gerne ein like und da und dann kommt jetzt bitte folge und herzlich willkommen in der nächsten und weiteren folge von mir in outworld stranger dicken stellen übrigens ich habe wieder mein pc wir sind jetzt sogar 10 geblieben ey warte mal es ist zu laut für mich ich lasse es natürlich laut aber für mich meistens nicht 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 Ich habe mich nicht mehr gesehen. Digga, diese Bomben sind ja krank Irgendwie habe ich das gefehlen Dragon Drift ist nicht ganz gefixt worden Weil, also, seht ihr das, dieses Zittern, das was jetzt war Oben links ist leider noch so, dass es nicht ganz 100% ist Also, so langsames Ding ist halt scheiße Geht ihr das oben links? So, dann zieh ich da noch ein bisschen geradeaus noch ein bisschen auf Ich müsste das Ding richtig raus löten, rein löten Darauf hätte ich überhaupt keinen Bock, der Anackel zu löten Ich hoffe, dass, sonst muss ich mir neuen PS4-Kontrollen Ich muss noch mal einen Zocker oder so nicht investieren Wissen wir auf wohl hier Das ist sehr, dass dieser Driekon Okay, ich bin immer noch ein bisschen Das war's für heute. Hier geht's los! Warte mal, das kann ich eigentlich gleich speichern. Sooo, na dann weiter geht's, wa? War schon zu spüren wieder. Nicht viel, aber ein bisschen. Wie die Versacezelle so verstellt, hier hab ich auch eingeladen. Ist besser geworden. Aber nicht 100% raus. Aber wenigstens bewegt er sich nicht mehr nach vorne, das ist halt toll. So, das war die Einwohner. So, das war die Einwohner. Ja, komm. Wo ist denn der Kerl? Wo ist denn der Kerl? Jetzt war das der Schnee, oder? Den Kupfer geht's noch nicht. Wann sie sich nicht aufhören? Monifor! Ist sie jetzt, oder? Wann sie noch? Wann sie sich nicht aufhören? Danke, danke. Ja, da war ich schon wieder Ja, es rutscht wirklich nach vorne, sehr rutscht in den Schnee Junge, das ist richtig total War das jetzt der Blockade von den Kleinen, oder? Ah, okay, weil ich die befreit habe, das war jetzt quasi die letzte Teile Ja, ojo, 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 bro Wir werden einfach nur durchfahren, wahrscheinlich nach vorne Mit dem eiskalten Schnee Also folgendes Warum ich gestern keine Videos hochgeladen habe War einfach aus diesem Grund Ich habe nämlich meinen Hauptcomputer gebraucht Um Windows 10 zu installieren Weil wenn ich es bei meinem alten Computer mache Dann lädt er quasi direkt die Dann überschreibt er quasi, nimmt er direkt den Key von dem Mainboard her Ich will das aber nicht, weil am Ende, wenn ich das nämlich auf Windows 10 packe oder so Dann bist du gefickt Kann sein, dass du noch richtig gefickt wirst dadurch Und dann der Key nicht mehr geht vom Mainboard und so Und ich will das nicht Ich will das nicht Und deswegen kann ich dann dafür mein anderes Mainboard nehmen Mit so einem Key, was ich für 10 Euro gekauft habe Und das habe ich dann halt hergenommen Dann habe ich das gestern installiert Ich habe ein Problem gehabt Weil ja, das ist Durch die Multiculti müsste ich dann alles machen Das ist drei Stunden gedauert oder so Ja, dann Hat es immer noch gedauert Und dann habe ich beschlossen, mich ins Bett zu legen Dann bin ich auch gleich weggeknickt eigentlich Naja, und jetzt kann ich heute auch nehmen Weil jetzt habe ich das Windows 10 Das habe ich jetzt mal installiert gehabt Heute über den ganzen Tag im Mainboard Und Ah ja Jetzt wird halt noch der Endparto geladen Und das 11 Das macht jetzt der Planeten wieder nebenbei Das eigentlich gar nicht dafür geht's Eigentlich gar nicht möglich ist Aber ich mache das trotzdem Ganz für sich auf entspannt Naja Ich werde dann nachher noch was testen müssen Auf meinem alten Laptop Das ist der Schloss Aktiviert 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 die Wand Und ist brengiert die Wand Okay, aktiviert die zweite Wand Ich werde dann nachher noch was testen müssen Was ist der Schloss Was hat mir jetzt jetzt gewonnen Was hat mir jetzt gewonnen Das mit dem Laptop Was hat mir jetzt gewonnen Wie soll ich jetzt über eine Minute eineinhalb zwei Durch den Segel fahren Läger Das habe ich nicht so Ich habe mich nicht so Ich habe das Ja, ich habe das Du schaffst Ich speichere noch mal unser eigenes Ding auch noch Naja, ich werde danach noch was testen müssen Für so eine Windows-F-City-Crosse machen mit so einem Denk-Sus Hat das auch funktioniert nachher Naja, das kannst du dir nicht ausdenken Oh scheiße Schmeiß mich runter Wo ist denn denn jetzt der Knau? Hier ist der Knau Was ist denn? OI Hä Digga, was war das jetzt? Hä? Hä, was war das jetzt? Ich bin nicht denn jetzt da runter gesprungen, quasi Ich bin einfach... Hä Digga, das ist halt zu gut Hier ist Englisch Ich kann nur was getrennt Ich kann nicht mehr nur was, oder? Ich kann nicht mehr was was Ich bin deutlich Ich bin klein. Ich bin ein Problem. Ich bin ein Problem. Ich weiß nicht, dass ich die Bühnen kann. Ich habe das alles geholfen. Ich habe das alles geholfen. Ich habe das alles geholfen. was ist das? ja was ist das? was ist das? ja was ist das? ja das ist ja auch was ist das? ach so die schießen trotzdem ich verstehe hier ist er genau wer ist das? ist der mit dem Schiff drin? ja Digga was ist das? was ist das? oh ja jetzt hat mir die Bombe so gebraucht so schießt die denn? ich kann die nur noch hinten feuern hm ja 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 das ist da ja 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 das ziehe mich nach oben Oh, das ist das. Ich kann noch die anderen mal auf, dass ich sie. Was ist der Nogik? Was ist der Nogik? Nein, nein! Was ist der Nogik? Was ist der Nogik? Was ist der Nogik? Schießen die noch an oder was ist das? Wir kennen auch nicht das Board um den Rechts Ich fürchte aber du hast es mit dem Board Oh Gott, helft mir das noch nicht weiter Digga, ich kann mich noch nicht mal aufbauen gegen den 2. Oh Gott, ich kann mich noch nicht mehr aufbauen. Oh Gott, ich kann mich noch nicht mehr aufbauen. Punkt nicht. Steht das auch schon. Ja, jetzt willst du schon etwas als Kekse nachzusehen. Oh Gott. Diese zwei Schießdinger nerven da oben. Kann da noch schießen rein. Kann da was? Huuuuhhh Huuuuh Huuuuh Wir machen hier seit alt zu wohl Na Digga, nicht weil das geht Dieses Boot kommst du nicht hoch Digga Als hätten die dann mit zweiter Wand eingebaut Oh dumm Wie geht ihr das Digga, nicht mal da Das kleine Deck kommt nicht hoch Total realistisch was die hier durchziehen Total realistisch, aber richtig realistisch Huuuuh Warum springt der denn vorbei Digga, willst du mich verarschen Huuuh 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 Digga, ich will das Boot drehen Dann dreht sich die Kamera in die Richtung wo ich fahre Wenn ich jetzt in die andere Richtung drücke Drückt jetzt die Kamera sich weg Damit ich jaaa nicht Sooo nicht weiterkommen So ein demnichtiger Zu demnichtiger Zu demnichtiger So demnichtiger Ich vermische Wacht Ich vermische Im Das war's. das ist mein Boot ganz vorne nicht ist das Boot noch einmal? ok, listen up you idiots we just got word from upstairs that them little peckerhead river creatures are starting to jump around the perimeter so if you see any, let them know who's boss alles klar man, alles klar ich bin schon wieder heißer, so viel gequatscht ich bin schon wieder warte mal, wenn der speichert, speich ich mir auch besser bringe ein Boot du bist du bist so weit du bist so weit du bist so weit Uuuuhh Die beladen die uns erstmal an der Kante Ganz auf Entspannt Doppelt an Lebenspunkte bedeutet doppelt laden, ne? Kampf, da hab ich den Kampf Irgendwie lange noch, Alter Naja Naja Der ist auch zu Recht So, speichern Und laufen Naja Früher habe ich hier Geld dafür bekommen, dass ich die Kante halte Heute bekomme ich aber kein Handy mehr dafür, das sei Ich weiß nicht mehr, ob sich das rauskommt Ich werde unbedingt herunter schicken, ja Gegenüber Put this thing back Stimmt 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 oh glückte hat sich nicht hier angeflogen Alles gesperrt, wenn das Schiff wacht hier, oder was? Jetzt weiß ich auch, warum alles gesperrt ist, ne? Deswegen werden die ganzen Züge verspätet. Weil, äh, die ganzen, die ganzen, die ganzen Schiffe verspätet. Weil die da drinnen saßen und nicht wahr, wie jetzt kamen. Ah! Ich verstehe. Jetzt verstehe ich. Oh! Das waren die... Ah, das waren die... Ah, ich verstehe. Ah, und jetzt gehen wir noch einen stark weiter. Attention all personnel, we got that trouble making Steve running around in here. That's the same one that's been kicking our ass all along the river. Ich kipp gar nicht mal Gas in und freut mich vorne. Second notes put a large price tag on its head. So happy hunt! Das mit den vier Stücken muss ich wissen. Wie geht denn das System? Ah... Und die ersten drei werden gezogen. Seht ihr das? Aber die letzten werden noch nicht gezogen. Die sind gar nicht mal gemacht worden. Ha, Digga, das haben die auch scheiße gemacht hier. Und fertig. Spiel 20. Easy Company, report to the upper level load platform. Unlock the loading platform for Easy Company. Unlock Green Lock. Okay. Unlock the blue lock. Unlock the blue lock. All right, get your asses in there. Come on, move, move. Get out of my way. Get out of my way. Get out of my way. No. Lock it back up, boys. Lock it back up, boys. Okay. Let's go. 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 Make sure no one uses that elevator. Ah, I understand. Which one? If you liked it, then we would like to like and have a comment. And then we will see you in the next episode. See you later. Bis gleich. Hier, das ist der andere Link. Oder nee, das ist sogar dasselbe. Das könnt ihr ganz gerne teilen, wie ihr möchtet. Das könnt ihr mal wieder gerne teilen mit den Leuten. Gar kein Thema. Vor allem, wenn ihr Video-Vorschläge habt und so weiter und so weiter. Und vergesst auf jeden Fall nicht reinzukommen. Ja, bis dann. Ciao.